haha ok was dann auch aber gut wir haben wieder ein bisschen was an rüstung, energie und sonstige können weiterfahren zum glück ohne gegner gerade, ansonsten wäre ich hier wahrscheinlich wieder futter und da kommen die gegner wieder her da geht es nicht lang was haben wir denn hier das für mich die Tümer zu es so haben neue neue Wacht um ja eine Beweiler war da sterben das noch irgendwo hier lebt noch irgendwo eine ich weiß nicht wo aber er wird es mir bestimmt da leute schwelle Ja, leckt mich am Arsch. Alter! Nicht witzig. Überhaupt nicht witzig. Medizin oder ich hab verloren. Ich weiß vor allem nicht, ob da oben noch was einer ist. Keine Ahnung. Wenn der noch lebt, bin ich jetzt gleich eh tot. Ja. Leben. Leben. Gib mir Leben. Scheiße. Ich brauch noch mehr Leben. Sehr viel mehr. Das Spiel will mir aber nichts geben. Doch, klar, noch ein bisschen. Quick Save. Okay, wir haben nicht viele Kugeln hiermit. Das ist doch nicht euer Ernst. Wo kommt ihr denn her? Kann doch gar nicht sein. Ja, ganz ehrlich, wo kommt ihr denn her? Das ist doch gut wieder Schwachsinn hier. Das ist doch mal random Gegner spawnen, oder was? Ja, klar. Heilige Scheiße. Das ist doch nicht mehr wahr hier. Was zum Teufel. Sag mal. Ich hab' ich noch mal verpasst hier, oder was? Ich glaub' es nicht. Hey, ich krieg' hier noch einen Kollaps. Was soll denn das? Ja, gib mir mal alles, was ich hier kriegen kann. Weil das ist ja nicht mehr heilig jetzt hier. Ja, da. Das war der Scheiß. So Okay Ey Was geht denn hier ab? Ey Was haben wir ab mit? Ich hab Ich hab So, jetzt ist das Tor wieder Das ist ja ernst Jetzt ist das Tor wieder offen Jetzt warten hier eh wieder 500 Gegner auf mich Moment, wo ist denn hier mein Gefährt? Ach du Scheiße Ich mein, was geht hier nicht ganz gerade mit euch? Das ist ja Das ist ja total krank hier gerade Ich bin hier die ganze Zeit kurz von krepieren Das Tor ist offen Wir können weiter Ich möchte jetzt bitte das Ganze mal beenden hier Noch ein Hubschrauber Der es wahrscheinlich überhaupt nicht auf mir abgesehen hat Der würde es wahrscheinlich nur so tun Als hätte er es auf mich abgesehen Weiter Ja Genau 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 Sag mal Habt ihr sie noch alle? Was hat sie denn hier? Ja, 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 ja Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut Ist ja gut Ich verschwinde wieder hier Wie lang geht hin dieser Part bitte noch? Ich meine, hallo Irgendwann ist gut Irgendwann ist Sense Lade Ja, lade die Daten nochmal Lade den nächsten Wasserabschnitt Lade die nächsten Nein, tückischen Fallen Und keine Ahnung was Ich meine, ich bin ja kurz zum Kopieren Und es geht nochmal raus Natürlich Natürlich Ich hatte bis jetzt auch noch nicht viel Spaß Okay Ich muss versuchen, diesen Helikoptertypen mal zu entkommen Äh, natürlich Minen noch Wäre ja auch langweilig, wenn wir keine Minen hier irgendwo hätten Ich meine, hallo Ich, äh Ja, ich hätte das schon langweilig, wenn es so einfach werden würde Noch Noch kann ich auswirken Ganz zu viel lange Oh, das ist gleich mitten Eine genau in meiner Presse Ich sehe das kaum So, knapp Was habe ich jetzt? Oh, ich habe eine Granate bekommen Das ist interessant Und ein bisschen Anzug Sehr schön Ich habe keine Ahnung, wo ich hier gerade bin, aber Hauptsache, der weiß, wo es lang geht, ne Ich meine Der D-Budel uns ja Genauestens beschrieben Ernsthaft Ey, Leute, ne Also irgendwann ist gut Irgendwann ist echt gut hier Nochmal Lade-Daten Lade den nächsten Wasserabschnitt Ist da was drin? Natürlich nicht Ist da was drin? Ernsthaft Ja, genau, er hat es in meiner Presse geworfen Ja, mein Hallo Was ist das denn? Er hat das irgendwann auch Oder ist das jetzt ein Unendlichkeitsspiel? Nach dem Motto Aber er ist in Wirklichkeit ein Autorennen Wasserwasser-Scooter-Rennen Oben hätte es, glaube ich, langgekommen Wer eventuell ein Geheimnis Scheiße Nein Das kann, ich will es nicht nachdenken Ich will es nicht nachdenken Ich will es nicht nachdenken Ey, Leute Ey, Leute Ne, also ich finde Irgendwann ist es ganz überreizt Nein, also Das ist meine persönliche Meinung Irgendwann Ich glaube Reizt Nicht nachdenken Nein Natürlich Schieß auf mich Auch sonst was da drin Und nochmal, weil es so schön war Ja, genau Jetzt kommen noch Was sind das denn? Ähm, Sirius Sirius Hallo Also Netzt gemacht ist es ja Ja, aber es dauert zu lang Eindeutig ist Boah Ist das so Exitus steht unmittelbar für vor Also Sorry Aber das ist ja nicht mehr feierlich Jetzt hat es mich erwischt, ja Ich war ein wahr vorherzusehen, leider zu sein, weil Ähm Man kann schlecht unendlich auszeichnen Und der lag nun mal genau in meinem Bett Ja Ja Was soll man tun? Wir schaffen das schon irgendwann irgendwie Ach, wir sind erst hier Ach, oh Gott Ich glaube, da wäre der Wäre der andere Load sogar schneller gewesen Wahrscheinlich Naja, was soll man tun Obwohl, will ich jetzt dieses Geheimnis im Moment In der Grunde Gut, egal Ja Und ich glaube, hier irgendwo ist das Oh, da auch nicht Und schon wieder Bin ich genau da Ja 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 Hier schießt auf mich Ich hab's gemerkt Warten wir diesmal mal ab Ich muss die ganze Knalle absen hier explodieren So, hier ist das Geheimnis Also das heißt, ich weiß ja nicht, ob das Geheimnis ist, aber Eventuell ist hier irgendwas Haha Lambada Detektiv Der war tatsächlich was Das hab ich mir schon gedacht Also so ein paar Ich finde ein paar von diesen Lambada-Dinge haben wir ja eindeutig schon So wenig Geheimnis Die finde ich nun auch wieder nicht Wie ich es öfters sonst in anderen Spielen tun Gut, jetzt sind wir schon wieder hier So, genau Wunderbar Genauso wollte ich sagen Aua Dann musst du aufhören mit den Dingern zu werfen Das geht ein, die Tiere wird zu nerven Natürlich nicht 對不起 Also in der letzten Mal bin ich death Ja, und das Mine liegt Die Mine lag stopping da und zu dir So, Moment Jetzt täte es sich Okay Da wird dieser ButtigeweeGerli wust wenn nicht weil er das genau vor mich gelegt so einfach ist das was sie schießt er jetzt auf mich was habe ich jetzt getan ladedaten das habe ich getan ich habe die falsche schosselig ich weiß nicht was jetzt passiert okay also nicht einfach nur da war gar nicht können mit diesen aquapart jetzt mal irgendwie langsam aber doch muss ich glaube ich abstellen so schön leben nach unten geht es okay oder doch nach oben ich verstehe auch sich nur Ich glaube, das ist blockiert. ich bagge ein wenig, ganz eindeutig Moment, ich kann mich nicht verwirren So, den kann ich nicht absammeln Hä, sind jetzt nicht schon wieder so ein Rätsel, kommt schon Nicht hier drauf Aha Ach, die Waschmaschine Na, seht ihr, wunderbar Scheiße Und Vollgas raus Meine Herren Wasserpart, bitte zu Ende Bitte Ja Danke Na, endlich Wir müssen hier weg, bevor die Combine uns erfassen Wir sind schon beinahe von hier weg Schöpfeilung, wir müssen die Zelte abbrechen und schnellstens weg Okay Okay, Leute, ganz ehrlich, wir machen hier beim nächsten Mal weiter Ich bin hier gerade mehr als genug bedient von dem Spiel, muss ich mir so ganz ehrlich dazu sagen Weil das war ja gerade nur mehr als nicht witzig Ja, mehr als nicht witzig Mh Hat da gerade schon irgendwas auf mich geschossen? Oder habe ich schon das eingebildet? Ja, wir machen hier beim nächsten Mal weiter bis dahin, viel Schluss noch Videos, euer Hedi Haha Ja, wir machen hier beim nächsten Mal